Po, du musst den nächsten Schritt auf deiner Reise machen. Unglaubliche Macht erwartet dich. Ei! Es ist Zeit für Gerechtigkeit! Wir hätten gern zweimal die Gerechtigkeitsplatte. Tigress, möchtest du extra Soße dazu? Aber im Extraschälchen. 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 Wenn du nur tust, was du schon kannst, wirst du nie mehr sein als das, was du jetzt bist. Mir gefällt, wer ich bin. Du weißt ja nicht einmal, wer du bist. Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn. Dad? Umarme deinen alten Herren! Woher wissen wir, dass er mit dir verwandt ist? Seht euch das an! Als ob man in einen fetten Spiegel guckt. Komm mit mir nach Hause. Hi, ich bin Mei Mei. Du musst lernen, was es wirklich bedeutet, ein Panda zu sein. Und los geht's, los, los! Abgedreht! Na, geht's? Alles gut, alles gut! Na siehst du. Kai ist zurück! Wer? Meister des Schmerzes. Bestie der Rache. Witwenmacher. Keine Ahnung. Na schön, ich hab früher mit Oogway gearbeitet. Oh, Meister Oogway! Schweigt! Du musst die Welt retten. Ich kann ihn unmöglich aufhalten. Es sei denn, du hast eine eigene Armee. Ihr könnt ja nicht mal Kung Fu. Dann wirst du es uns lehren. Hey! Niemand hat gesagt, das würde leicht werden. Ich mache euch zu Kung Fu meistern. Meine Weichteile! Die Klößcheneinheit geht dort auf Position. Also auf mein Zeichen. Also die Nudel-Einheit wird. Das hier ist der Punkt, an dem wir... Okay, klar, das hatte ich kaum sehen. Der hier war dazu auserwählt, mich aufzuhalten. Verschon mich mit deinem Gequassel. Ich hol mir deinen Ski und... Gequassel! Hier in... Die Rüstung von Meister fliegendes Nashorn! Wofür ist das da? Ich zieh mal dran. Ich hab mich grad ein bisschen nass gemacht.